Wir starten mit unserer neuen Serie, und zwar 10 Minuten Trainings. Heute möchte ich gerne 10 Minuten Hüfttraining machen und dann legen wir auch schon los, und zwar im Stand. Und zwar starten wir in einer V-Position mit unseren Füssen und jetzt tanzen wir, um die Hüfte ein wenig aufzuwärmen. Und zwar gehen wir schön hin und her, bringen unsere Zechen zusammen, Fersen zusammen, Zechen zusammen, Fersen zusammen. Und probieren Sie wirklich richtig schön die Innenrotatoren und die Aussenrotatoren von Ihren Hüften aufzuwärmen, die Hüftgelenke ein wenig zu schmieren. Und man merkt nämlich, wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, das wird schon langsam ein wenig streng und es beginnt ein wenig zu brennen. Wir gehen noch einmal hierüber und dann machen wir eine kleine Pause und schütteln unsere Beine aus. Und dann gehen wir als nächstes gerade auf den Boden. Nehmen unsere unteren Arme als Kopfkissen, beide Beine anwinkeln. Die Füsse sind in der Verlängerung unserer Wirbelsäule. Stellen Sie sich vor, als würden Sie das Becken für eine Rolle richtigen Boden. Die Füsse bleiben zusammen, Sie können die Hand ausstützen. Und dann müssen wir das oberen Knie aufklappen und wieder zuklappen. Aufklappen und wieder zuklappen. Die Idee ist, dass das Becken immer schön hier bleibt, wo es ist, und nicht gleichzeitig dort hinten rotieren. Wir gehen wieder an das Ende der Bewegung. Und Sie merken, wir bleiben so eine Sekunde hier oben. Wir gehen nicht zu schnell wieder zurück. Wir wollen wirklich diese Endposition betonen. Und das sollten Sie hier mit der Seite hinten in unseren seitlichen Gesäßmuskeln spüren. Wir versuchen möglichst auch, unsere Rumpfmuskulatur zu aktivieren. Genau. Und wir gehen noch für drei. Auch hier wieder. Es soll noch ein bisschen brennen. Noch zwei. Und noch einmal. Gut. Wir gehen hier gerade wieder. Das oberen Bein strecken. Fuss hochziehen Richtung Schimmbein. Auch hier wieder schauen, dass das Becken eher nach vorne rollt. Und das Bein schön in der Verlängerung ist von unseren Wirbelsäulen. Wir lüpfen das gestreckte Bein vom Boden auf. Und jetzt bleiben wir hier isometrisch. Das heisst, wir verändern uns nicht. Ganz wichtig auch, wir haben hier unten in unseren Talien ein kleines Loch. Und das möchten wir gerne auch verpalten. Mir ist es viel wichtiger, wenn Sie hier schön mit dem Bein gerade und parallel sind zum Boden. Als wenn Sie wie eine Banane hier durchhangen und dann das Bein rupfen. Auch wenn wir nicht. Wir wollen hier richtig schön das Loch offen halten. Und das Bein schön rupfen. Wir bleiben noch für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Das fängt schon langsam an. Es ist wunderbar. Ich klopfe nochmals ganz gerne ein wenig drauf, um es zu lösen. Wir gehen gleich nochmals in die Verlängerung der Wirbelsäule. Fuss schaut nach vorne oder vielleicht sogar nach unten. Was mir auch ganz wichtig ist, nehmen Sie das Bein in die Fülle. Wenn wir das Fülle nehmen, dann trainieren wir plötzlich mit anderen Muskeln. Eher das Bein. Fast ein wenig hinteren strecken. Und eben sich vorstellen, dass ich meinen Bauch richtig Boden rollen möchte. Wir bleiben noch immer. Wir bleiben noch für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Wunderbar. Wir gehen gleich in die nächste Position. Und zwar in den Vierfüssen. Wenn Ihnen unangenehm ist, auf den Handgelenken so zu stützen, dann dürfen Sie gerne auch zum Beispiel Fäuste machen. Oder auch auf den Unterärmen ist es möglich. Es ist etwas mühsamer, aber es geht auch. Gut. Wir kommen wieder weiter mit dem Bein, das wir angefangen haben. Wir bringen das ganze Gewicht auf das andere Bein rüber. Und ziehen einmal das Knie vorne Richtung Ellenbogen. Machen die Hüfte bügig. Jetzt klappen wir das Bein schön auf die Seite raus, wie ein Frosch, als wie ein Hund gegen den Hydrant. Beiseln. Und dann geht das Knie runter. Der Fuss kommt hoch. Wir kommen in eine Innenrotation. Und dann gehen wir hinten in die Verlängerung der Wirbelsäule und schieben den Fuss hoch. Richtung Himmel. Wir gehen hier hinein. Hüfte streckig. Und dann bringen wir das Bein wieder runter. Und fangen gleich nochmals nach vorne an. Wir bringen es vorne. Gehen auf die Seite raus. Hydrant, den wir dagegen beiseln. Dann drehen wir den Fuss hoch. Das Knie runter. Das Bein bleibt immer noch auf die Seite raus. Und dann gehen wir hinten in die Verlängerung. Schieben den Fuss hoch. Und wieder runter. Die Lendenwirbelsäule bewegt sich nicht auf die Seite raus. Sondern vom Steissbär bis zum Scheitel machen Sie eine lange Linie. Knie runter. Fuss hoch. Und wieder hinten. Schön in die Verlängerung. Wir gehen gleich noch ein letztes Mal. Kommen nach vorne. Auf die Seite raus. Knie geht aber Fuss hoch. Und hinten. Höch, hoch, 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 hoch. Und wieder zurück. Gut. Bevor wir jetzt in unsere letzte Übung kommen, machen wir das Ganze noch auf der anderen Seite. Für das andere Bein. Somit drehen wir uns. Wir machen wieder unsere Beine an. Die Füsse sind wieder aufeinander. Die Füsse sind in der gleichen Linie wie die Wirbelsäule. Und dann machen wir unser oberer Bein. Aufklappen wie eine Muschle. Und wieder zu machen. Ich kombiniere auch gerne das Atmen. Wir können beim Ausklappen ausatmen. Beim Zusammennehmen. Wir können damit wiederauern. Wir wollen die außen Rotatoren von der Hüfte trainieren. Das ist ganz wichtig für die Stabilität der Hüfte, dass wir unsere Endpositionen hoffen können. Den Muskel wollen wir immer über die ganze Länge trainieren. Wir gehen noch für 5, noch für 4, es darf ruhig langsam brennen, noch für 3, das Becken dreht nicht mit, noch für 2 und noch für einmal. Dann strecken wir das oberen Bein. Schaut wieder, dass unser Kakerlakenloch, weil der Kakerlaken noch Platz hat, um unten durch den Resmen offen zu halten. Dann laufen wir das Bein auf. Das Bein ist schön in der Verlängerung der Wirbelsäule fast nach hinten gestreckt. Bauch fast auf den Boden rollen, Fuss schaut nach vorne oder sogar etwas nach unten. Und wir behalten die Position. Streckt die Bein. Stellt uns wieder vor, als möchten wir etwas nach unten stossen. Gut ein- und ausatmen dabei. Nie aufhören zu Atmen, das ist ganz wichtig. Spannung behalten. Und auch wenn es langsam müde wird dabei, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben. Es darf ruhig anbrennen. Und wenn Sie möchten aufhören und aufgeben, konzentrieren Sie sich aufs Ein- und aufs Ausatmen. Setzen Sie den Fokus auf irgendetwas anderes und nicht mehr auf den Bein. Wir bleiben noch für 3, für 2, 1 und wieder lösen. Die Häuschen tut gut. Klopfen Sie das Becken wieder ein wenig aus. Und dann gehen wir gleich noch die zweite Runde. Die Kalkalackalache ist wieder schön offen. Und wir lüpfen das Bein auf. Und behalten wieder die Position. Auch wieder daran denken, ich möchte nicht zu hoch hoch, sondern ich möchte stabil bleiben. Mit meinem ganzen Rumpfen. Ich möchte nichts opfern, dass ich noch höher hochkomme. Denn das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist wirklich schön, die Muskulatur zu kontrahieren, anzuspannen in Ihrer Endposition. Aber ohne, dass wir irgendwo noch mehr dafür ausweichen. Und bleiben noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und dann gehen wir wieder zurück in unseren 4 Füssen. Wir nehmen jetzt genau die gleiche Übung wieder ein wie beim anderen Bein. Wir kommen zuerst zu unserem Ellenbogen. Dann bringen wir das Bein auf die Seite raus in den Hüden ran. Das Becken bleibt parallel zum Boden schauend. Fuss geht hoch, Knie kommt runter in eine Rotation. Dann bringen wir das Bein hin. Hinteren stossen den Fuss hoch in Richtung Himmel. Und senken das Bein wieder ab. Machen wir das noch dreimal. Knie kommt vorne. Bein auf die Seite raus. Frosch. Knie geht runter. Fuss kommt hoch. Hinteren schieben das Bein hoch. Bauchnabel einzieht dabei nicht ins hohe Kreuzgeheyen. Bein wieder absenken. Noch zwei Runden. Knie zum Ellenbogen. Hydrantfrosch. Innenrotation. Fuss geht runter. Knie kommt. Fuss geht hoch. Knie kommt runter. Bein geht hinten. Noch einmal den Fuss hinten hoch verschieben. Und noch die letzte Runde. Knie kommt vorne. Die Seite raus. Innenrotation. Wir bleiben immer ganz gerne in diese 2-3 Sekunden in dieser Position. Das ist das Anstrengende dieser Übung. Und wieder abstellen. Gut. Jetzt kommen wir noch in eine aufrechte Position. Und machen dann eigentlich genau das Gleiche. Sie können sich zuhause ganz gerne für das halten. Ich zeige sie jetzt aber so, dass sie mich von vorne sehen. Wir starten wieder mit dem Bein drauf zu stehen, wo wir die erste Runde gemacht haben. Wir hatten vorhin das linke Bein. Wir stellen uns auf das linke Bein. Wir machen uns schön gross. Wir bringen die Knie das rechte hoch. Richtig Nase. Parallel zum Hüftgelenk. Und dann bringen wir es auf die Seite raus. Und sie denken, aha. Hydrant. Frosch. Haben wir doch vorhin gerade schon gemacht. Dann bringen wir das Knie runter. Der Fuss geht hinten. Und dann bringen wir beide Oberschenkel schön parallel zueinander. Und schieben den Fuss hinteren. Die Bauchnabel gut einziehen dabei. Und stellen das Bein wieder ab. Ich zeige es von der Seite. Wir machen es genau noch einmal mit dem gleichen Bein. Die Knie kommt vorne hoch. Dann gehen wir auf die Seite raus. Die Becken schaut immer noch schön gerade nach vorne. Die Knie geht runter. Fuss kommt hoch. Die Bein hinten. Und jetzt den Fersen hinten. Schieben, 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 schieben. Bauchnabel einziehen. Schambein Richtung Nase einrollen. Und wieder abstellen. Noch eine vierte letzte Runde auf dieser Seite. Vorhin hoch. Auf die Seite. Und Sie merken, das Standbein wird auch langsam müde. Es ist fast noch strenger, auf dem Bein dort drauf zu stehen. Als das Bein, das wir bewegen müssen. Hinteren schieben. Und abstehen. Gut. Wir haben noch vier Bewegungen, vier Übungen vor uns. Und zwar auf dem linken Bein. Dort, wo wir gestartet haben. Stehen schön aufs rechte Bein. Machen uns gross. Bringen das Bein auf die Seite raus. Knie geht runter. Fuss kommt hoch. Das Bein kommt hinterher. Parallel zum anderen Oberschenkel. Und dann schieben wir den Fuss hinterher. Stellen ihn ab. Noch drei. Oberkörper bleibt schön gerade. Wir weichen nicht aus. Wir lehnen uns nicht auf die Seite. Wir machen keinen runden Rücken. Und wir machen auch kein Holzkreuz. Bein hinterher. Brrrr. Sie passt. Vorher hoch. Letzte Runde. Die beste Runde. Auf die Seite raus. Knie kommt runter. Fuss geht hoch. Bein parallel zum anderen Bein. Und hinterher schieben. Und von uns abstellen. Wunderbar. Sehr schön. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben. Meine Muskeln sind mega angespannt. Und ich brauche ein wenig Dehnung. Dann suchen Sie doch auf unserem Kanal. Gerade das Video. Wo Sie die Gesässmuskulatur dehnen können. Das hilft Ihnen, das Ganze wieder ein bisschen zu regenerieren. Probieren Sie diese Übungen täglich zu machen. Oder sicher jeden zweiten Tag. Und ich verspreche Ihnen, dass Ihre Hüftgesundheit sich bald verbessert wird. Viel Spaß dabei.